Wird noch Ihren Kurswert? Wenn die Kurse per 31.12. höher waren als jetzt, dann nehmen Sie die vom 31.12. Wenn sie jetzt höher sind, nehmen Sie die von heute. Es kann aber auch sein, wenn Sie im Oktober den Auszug vom 31.12. nehmen, dass der Banker sagt, das ist mir zu alt. Wichtig ist nur, dass Sie minimum die Kaufnebenkosten auch wirklich haben. Kurswert